Resilienz. Wie widerstandsfähig sind wir? Da bin ich in Tränen ausgebrochen, an meine Mitarbeiter zu sagen, wir hören auf. Drei Schicksalsschläge, drei Betroffene. Ich hasse Selbstmitleid. Und wie sie die Krise meistern. Grundsätzlich ist Resilienz erwärmbar. Die dreiteilige Serie bei 10 vor 10. Resilienz. Ab Freitag, 21.50 Uhr. Und im Club diskutiert Barbara Lüthi mit den Betroffenen über das Leben nach dem Schicksalsschlag.